Wenn Sie den Titel lesen und wenn Sie den Einladungsbrief gelesen haben, wissen Sie, es wird grollen und donnern im ersten Stück dieser Kantate. Und mit Ihnen möchte ich zusammen mit Karl Graf im ersten Teil unserer Einführung kurz über die Kantate gehen. Dann wird Karl Graf über die Perikope sprechen, ein wiederborstiger Text. Und zum Schluss, ähnlich wie das letzte Mal, möchte ich auf ein bestimmtes Stück ein bisschen mehr Gewicht legen. Scheinwerferlicht auf die Nummer 5, das Duett für Sopran, Alt und Basso Contino. Nun aber, wenn Sie Ihr Arbeitsblatt zur Hand nehmen. Alfons. Es ist ein zweiseitiges, aber wir gehen jetzt mal von vorne. Alfons. Sie sehen die zweite Zeile. Da muss man nicht viel erklären. Man hört es. Es sind diese Triolen, wenn ich es harmonisch anschaue, ein Hin und Her von Tonika zu Dominante. Wie das wütende Rattern eines Fensterladens im Wind. Hin und Her. Zum Beispiel bei Beethoven. In der Klassik werden wir solche Sachen sehr oft finden. Dieses 1-5-1-5-1. Viel mehr als bei Bach. Dann die spitzenintensiven Streicher, die in scharfen punktierten. Eine wütende, aufwärtsstrebende Violinlinie, die dann wieder hinunter geht. Wie es ist, wenn gedonnert wird. Wenn man nachschnorret, wie man es hier in der Ostschweiz sagt. Aber sehr wirkungsvoll. Vielleicht ein letztes Detail. Wenn Sie die Harmoniefolgen der Takte anschauen. Ich mache es langsamer. Sofort bewegt sich die Musik in eine andere tonartliche Richtung. Bis sie sich hier festsetzt. Und auf diesem Akkord festsitzt wie ein Hund, der sich in einem Wadenbein festgebissen hat. Dann natürlich bei Bertha das Hauptthema unseres Solobassisten. Er wird in einer großen Oktave mit einem punktierten Auftakt den Titel sagen. Tu Errechnung, tu Errechnung, tu Errechnung. Dreimal. Und wenn Sie dann bei B3 rüber gehen, werden Sie vielleicht an die große Oper erinnert werden. Dann, wenn der Greise hineinkommt. Don Giovanni. Don Giovanni auch hier mit punktiertem Auftakt und einer Oktave. Die Oktave scheint hier ein sehr wichtiges Phänomen zu sein. Karl, woher kommt dieses Donnern und Brausen und was hat Bach da für eine Vorlage, die ihn zu dieser großartigen Musik bringt? Es hat einen schwierigen Text und ich bewundere Salomon Frank, dass er dazu diesen Kantattentext entwickelt hat. Und ich bewundere den Pfarrer, der damals über diesen Text predigte. Ich habe das in meiner ganzen Pfarrertätigkeit nie getan. Wenn ich Ihnen den Text jetzt vorlese, dann haben Sie sicher Verständnis für mich. Es ist ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Da spricht Jesus zu den Jüngern. Der Verwalter aber sagte sich, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung wegnimmt? Zu graben bin ich nicht stark genug und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief die Schuldner seines Herrn, einen nach dem anderen, zu sich und sagte zum Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Da sprach 100 Fass Öl. Er aber sagte zu ihm, da, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Darauf sagt er zum Zweiten, und du, wie viel bist du schuldig? Der sagte, 100 Sack Weizen. Er sagte zu ihm, da, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Ja, die Söhne dieser Welt sind im Verkehr mit ihresgleichen klüger als die Söhne des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Das also haben die Leute als Text gehört und als Antwort, Auslegung, die Sekandate. Nachher dann die Predigt. Wenn wir den Text des Solobassisten noch ein bisschen näher anschauen, Sie sehen, tue Rechnung, Donnerwort, dass die Felsen selbst zerspaltet, Wort, wovon mein Blut erkaltet. Wie in einer modernen, klassischen Arie benutzt Bach alle Mittel für alle Texte. Das Erkalten mit einem tiefen Ton dargestellt, mit Pausen gearbeitet, aber sonst mit diesen Triolen, diesen scharfen, punktierten Rhythmen, den markanten Intervallen. Tue Rechnung, Seele fort. Ich habe Karl gerade vorhin gefragt, was heißt es eigentlich, Seele fort? Ja, ich vermute, dass es so ist, dass er erinnert an das andere Gleichnis vom reichen Kornbauern, der so meint, er hätte jetzt Vorräte auf viele Jahre, wenn er so andere Scheunen gebaut hat. Und es dann heißt, du Narr, du wirst, ja, diese Nacht musst du ja sterben, man nimmt deine Seele von dir. Ob das gedacht ist, ich meine es wenigstens, aber es könnte natürlich auch heißen, tue Rechnung und also, Seele, jetzt ist letzte Chance, etwas noch zu unternehmen. Es ist also aller, allerhöchste Zeit. Dann aber wie eine introspektive Reflexion des Bassisten, der vorhin das Wort Gottes hingedonnert hat. Ach, du musst Gott wiedergeben, seine Güter, Leib und Leben. Und Sie werden es hören, ich kann Ihnen vielleicht sogar die Stelle hier kurz vorspielen. Ach, ach, du musst Gott wiedergeben, seine Güter, Leib und Leben. Eine weiche Cantilene, aber dazu natürlichen. Die drohenden Bässe des Bassokontinuos, des Fagottes, des Cellos, des Kontrabasses und des Cembalos und der Orgel. Diese Gegensätze sind natürlich auch gut zu hören. Dann das Rezitativ Nummer zwei. Da ist nach gutem biblischen Verständnis davon die Rede, dass eigentlich alles, was wir haben in unserem Leben, anvertrautes Gut ist, uns zur Verwaltung übergeben. Und Sie sehen es hier, es ist nur fremdes Gut, was ich in diesem Leben habe. Geist, Leben, Mut und Blut und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe. Und damit soll ich gut und treu haushalten. Aber, wer ehrlich ist, ach, aber ach, sehen Sie da in der dritten und untersten Zeile, mir graut, wenn man sich überlegt, habe ich wirklich treu gehaushaltet und mit meinen Gaben so gearbeitet, wie es hätte tun sollen? Oder habe ich, wie Sie auf der folgenden Seite dann sehen, oben dritte Zeile, kaltsinnig durchgebracht, zeitverplempert, meine Mittel verschleudert, wie kann ich dir entfliehen? Und kann nur flehentlich rufen, fällt über mich Ihr Hügel ein sehr krasses Wort. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wo das steht. Es steht im Zusammenhang der Passionsgeschichte, wo Jesus zum Kreuz geführt wird und viele Leute mitkommen und Frauen weinen über ihn und dann sagt Jesus zu ihnen, ihr müsst nicht weinen über mich. Weint lieber über euch und eure Kinder, denn es wird eine Zeit kommen, wo alle froh sein werden, dass sie keine Kinder haben und lieber unter die Hügel zugedeckt würden vor Gottes Zorngericht und vor seinem Angesicht. Wenn ich zu dieser Nummer zwei Ihnen zwei Beispiele zeigen möchte, könnten Sie wieder auf Ihrem Arbeitsblatt mitlesen. Das ist Buchstabe C, ein Akkompagnato-Rezitativ, das heisst nicht nur der Sänger mit dem Continuo, sondern noch begleitende Instrumente. Hier zwei Oboe d'Amore. Wenn Sie eine Lösung hören, die vielleicht durchaus von einem Komponisten der Zeit hätte geschrieben werden können, wäre es Es ist nur fremdes Gut, was ich in diesem Leben habe. Man sagt, ja, so könnte man es vertonen. Wie stellt aber Bach das Fremde dar? Es ist nur fremdes Gut, was ich in diesem Leben habe. Nochmals diese fremde Harmonie. Es ist nur fremdes Gut. Und die zweite Stelle, die ich Ihnen zeigen möchte, wäre C2. Wenn der Sänger, der Tenor, die Stelle singt, Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen? Die Musik wechselt von Moll zu Dur. Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen? Auch hier eine unerhörte, harmonische Erfindung Johann Sebastian Bachs. Mir kommt es vor, als ob der Sänger weiss, du wirst unten im Tale auf mich warten, du wirst auf dem Berg oben sein, fliehe ich. Wie heisst es, Karl, Psalm 139 wahrscheinlich, oder? Ja, würde ich fliehen ans Ende der Welt, dann bist du auch dort. Und so empfinde ich diese Harmonie. Ich möchte sie Ihnen sehr gerne nochmals vorspielen. Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen? Ich rufe fliehendlich, ihr Berge fällt, ihr Hügel decket mich Vor Gottes Angerichte und vor dem Blitze vor seinem Angesichte. Auch hier wird eine darstellende Musik, die für sich selber spricht. Und jetzt kommt die Kapital- und Zinsen-Arie und die klingt so. Doch schon sehr tänzerisch, oder? Fast etwas verführerisch. Sie können gerne die Melodie bei D1 nachlesen, die Oboe d'Amore mit ihrem weichen, schönen Klang. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum Bach diese Musik gewählt hat. Es gibt sehr viele Erklärungen, wo man sagt, vielleicht ist das eben genau das Verführerische der Leipziger Pracht. Der alte Schulze sagt, ich glaube, da ist nicht sehr viel Zusammenhang zu finden. Wie würdest du das sehen, Karl? Ja, ich getraue mich ja nicht gern, den musikalischen Fachleuten zu widersprechen, aber ich glaube doch, hat er nicht recht. Also, es ist tatsächlich eben das gezeichnet, ich muss Rechenschaft ablegen. Wie mache ich das? Finde ich noch einen Rang? Kriege ich die Kurve doch noch? Weiß nicht, ob Bach so allerlei solche Gedanken auch hineingetragen hat. Es gibt eine Stelle, die vielleicht in diese Richtung zielt. Wenn Sie Takt 52 schauen, das wäre auf der Linie D1, fahren Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Takte. T 52, D2. Die sehr tief beginnende Stelle. Ob hier die Schuld immer etwas größer wird oder die Angst vor dem, um Gottes Willen, das hätte ich mir nicht leisten können, hätte ich doch dieses Telefon nicht gemacht. Meine Güte, das war ein Fehler. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt dann nach diesen ersten drei Nummern nochmals der Bass ins Spiel mit dem Rezitativ Nummer 4. Da kommt nun gleichsam die Wende, dass er sagen kann, jedoch erschrockenes Herz, leb und verzage nicht, tritt freudig vor Gericht. Also, man darf das zugeben, was falsch gegangen ist. Schau den Bürgen an, der alle Schulden abgetan hat. Jesus Christus für uns gestorben, der hat die Rechnung beglichen. Die Sache ist erledigt, hat deine Schuld durchgestrichen, Seite 7 oben, und dich mit Gott verglichen. Es ist ein Vergleich abgemacht. Es ist bezahlt, quittiert. Es ist in Ordnung, weil du weißt, dass du Haushalter seist, so sei bemüht. Also jetzt, wenn du doch weißt, dass Gott gnädig ist und vergibt, den Mammon glücklich anzuwenden, den Armen wohlzutun, so wirst du, wenn die Zeit und Leben enden, in Himmelshütten sicher ruhen. Ein Bild, das von Apostel Paulus stammt, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wo es heißt, wir wissen, dass wenn wir einmal sterben, wenn unser irdisches Zelt, wo wir da sind, abgebrochen wird, werden wir einen Bau im Himmel haben, ein ewiges Haus, das bestehen bleibt. In der uns gewohnten Art und Weise geht Bach mit diesem Rezitativ um, ich möchte nur den Anfang Ihnen zeigen, die Deklamation. Jedoch, ein Wort wird abgetrennt mit einer Pause. Sie denken an vielleicht die Bruckner 4. Sinfonie, auch hier ein Hornruf. Jedoch, erschrockenes Herz. Tiefe Lage, das Ängstliche und dann das Wort Leb, eine Oktave höher. Leb und verzagen nicht. Können Sie sich denken, hören Sie? Und verzagen nicht. Der hat Angst vor dem Gericht. Und ich denke, ein Mensch, der vor 300 Jahren wusste, dass ein Hintreten vor einem Gericht das Leben kosten konnte. Oder vielleicht die Hand. Also man ging nicht freudig vor's Gericht. Hören Sie diese Zusammenhänge nochmals? Jedoch, erschrockenes Herz. Lieb und verzagen nicht. Tritt freudig vor Gericht. Und so weiter. Jede einzelne Zeile ist dargestellt von Bach. Und der große Sänger kann so etwas darstellen. Darum sind rezitative Singen etwas vom Allerschwierigsten. Weil die Stimmung wechselt jede Sekunde. Man hat sehr viele große Sprünge zu singen. Es ist nicht wie eine schöne Cantilene, die man einfach belganto singen kann. Gehen wir aber jetzt zur Nummer 5. Einem Duett, das ich dann nachher noch etwas genauer anschaue. Und betrachten wir, also heißt Karl, betrachten wir doch den Text. Ja, da kommt gleichsam jetzt die Nutzanwendung. Herz zerreiß des Mammons Kette. Also löse mich von der Bindung ans Geld. Hände streuet Gutes aus. Die Meinung, dass ich mit meinem Geld eben etwas unterstützen, helfen soll. Macht sanft mein Sterbebette, dass ich einmal ruhig sterben könne. Jetzt bist ein viel eingepackt in diese Schlussermahnung. Baut mir ein festes Haus, das im Himmel ewig bleibt, wenn der Erdengut zerstäubet. Also sich anstrengen und doch hoffen, alles dieses schon noch nicht glauben und doch wieder nicht glauben, ist in diese Strophe hineingepackt. Bach verwendet eine sehr einprägsame Bassfigur. Wenn Sie bei meinem Arbeitsblatt F schauen, sehen Sie eine 7-6-Kette, ein Lamento-Bass. Hier in der zweiten Zeile. Eine ganze Tonleiter. Was ist die 7-6? Ich singe sie Ihnen mal. Warum sieben, sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Septim ist eine Dissonanz, die sich immer wieder auflöst. Wir wollen das dann nachher ein bisschen versuchen, auf den Text zu beziehen, sich zu fragen, wie arbeitet Bach mit dieser Inventio. Zum Schluss dann der Choral. Sehr passender Schluss. Stärk mich mit deinem Freudengeist. Also, Jesu, meine Freude, es soll dann nicht beim Klagen und Jammern bleiben. Bitte um Vergebung durch das Erlösungswerk Christi und einmal als so sterben dürfen im wahren Glauben. Also nicht verzweifeln, sondern im Glauben das Leben beenden dürfen. Man kann ja zu diesen Chorälen in jedem Takt viele Details finden. Auch hier nur ein Detail, das mich sehr bewegt. Sie denken ja, so ein schöner, einfacher Choral in Moll. Ich denke, wenn ich meinen Studierenden oder mir die Aufgabe setzen würde, wie würdest du das harmonisieren, käme ich auf eine solche Lösung. Was macht Bach? Er drückt den Bass nach oben, hat wieder eine 7-6, vielleicht ein Zitat aus dem vorhergehenden Numero. hat einen verminderten Zapp-Akkord und öffnet hier die Musik. Abrahams Schoß Nämlich zu Deinen Auserwählten Also die Wegstrecke von hier nach dort wird in einem solchen Choral von Bach immer aufs Schönste dargestellt mit kleinen Details Aber ich möchte doch dich, Karl, jetzt herausfordern Du weißt ja, was dir blüht jetzt Ich habe es schon gestern gesagt Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging Aber als ich diesen Text hörte Da habe ich gefunden Den Perikopentext, diese Bibelgeschichte kenne ich gar nicht Ich glaube, du bist nicht der einzige Pfarrer der einen Bogen um diesen Text gemacht hat Aber du hast mir gesagt Um diesen Text habe ich einen Bogen gemacht Wie wäre es, wenn es du in einer quasi Kurzpredigt von 3,7 Minuten bis 5,9 Minuten Deine Gedanken zu diesem schwierigen Text uns äußern würdest Nimmst du die heraus? Ja, ich musste mich ja irgendwie vorbereiten auf diesen Abend hier und habe mir gedacht Wir müssen doch wissen Es kann doch nicht sein, dass dieser gerissene Betrüger uns als Vorbild hingestellt wird Von dem wir lernen können Bereits Olearius, der theologische Gewerksmann dazu Bachs Zeit Hat darauf hingewiesen, dass dieser Mensch nicht etwa für seine Unterslagungen da gerühmt und gelobt werde Sondern für seine Klugheit und seinen Witz Nämlich, es sei klug, stets an die Zukunft zu denken Sein Vorhaben genau zu überlegen Ans Ende zu denken Also damals der gelehrte Olearius Der Haushalter Griechisch heißt das Oikonomos Der Ökonom Der Was ist denn jetzt klug an ihm Dass man von ihm lernen könnte Nun Er ist sich seiner Gefahr bewusst, in der er steht Er weiß Der Herr wird nicht nochmals verzeihen Er hat keine Zeit mehr zu verlieren Er muss unverzüglich handeln Er prüft auch ganz nüchtern seine Möglichkeiten Auswege Also er kann nicht auf dem Bau arbeiten Das wird er zu schwach Und betteln mag er auch nicht Er verlässt sich auch nicht auf seinen gegenwärtigen Besitz Er wird sicher kein armer Ökonom gewesen sein Sondern schon sein Schärfchen auf der Seite gehabt haben Sondern er will seine Zukunft sichern für ganz Nun Wie müssen wir es einordnen? Jesus hat gern etwa gewagte Vergleiche genommen Ich nehme ein anderes als Beispiel Jesus hat einmal den Jüngern und den Zuhörern sagen wollen Sie sollten beten und sollten dabei bleiben und nicht nachlassen Und hat dann als Muster das Gleichnis vom ungerechten Richter gebracht Da ist ein ungerechter Richter gewesen Eine Witwe sei immer wieder zu ihm gekommen Und habe ihm um Hilfe gebeten Dass er ihr zu ihrem Recht verhelfe Und er habe sie immer wieder abgewimmelt Und sie sei immer wieder gekommen Und er habe sie immer wieder abgewimmelt Bis er schließlich gedacht habe Ach jetzt hier helfe ich hier Sonst wird sie bald noch handgreiflich und kommt Und gibt mir eine Ohrfeige ins Gesicht Damit hat Jesus natürlich nicht sagen wollen Gott sei einem ungerechten Richter zu vergleichen Sondern er hat sagen wollen Es lohnt sich das beharrliche Gebet Hier ist gleichsam auch ähnlich wieder Ein Schluss vom Kleineren zum Größeren Als wollte Jesus sagen Also Leute Wisst ihr, die Kinder der Welt Sind halt doch klüger als die Kinder des Lichts Wenn also diese Weltmenschen schon merken Was es geschlagen hat Und dass sie sofort etwas tun müssen Um ihr Leben in Ordnung zu bringen Umso wie viel mehr Solltet ihr Kinder des Lichts doch wissen Dass ihr erkennt, wo ihr steht Eure Schuld eingestehen könnt Und umkehrt und um Vergebung bittet Der letzte Satz Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon Damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt In die ewigen Wohnungen Gehört wahrscheinlich nicht zur Geschichte Sondern ist von Lukas angefügt worden Dann zusammen mit anderen Meinungen Aber in der Kantate Wir haben es gesehen Ist der Gedanke ja aufgenommen worden Nach dem Olearius Sind mit den Freunden hier Denen der Haushalter hilft Die Armen gemeint Die dann für uns beten Wenn wir ihnen geholfen haben Ein schwieriger Satz eigentlich In einer neuen Bibelübersetzung Sie nennt sich Bibel in gerechter Sprache Ist dieser Satz anders übersetzt Nämlich Auch mit ungerechtem Geld Lassen sich Freunde machen Die euch immer ein Obdach geben Wenn es euch fehlt Das ist natürlich schon ein bisschen etwas anderes Also Sie haben gemerkt Der Kerl kommt in der Kantate gar nicht mehr vor im Text Aber Der Textverfasser Hat wirklich Eigentlich das erfasst Worauf es jetzt ankommt Sich zu lösen Von Der Macht des Geldes Damit Gutes zu tun Und sich zu bewähren Als treuer Haushalter Über die Gaben Die uns anvertraut sind Und ich möchte Ihnen nun Die Nummer 5 etwas näher bringen Sie können Vielleicht in einem ersten Teil Mir Auf dem Klavier zuhören Was ich aufbaue Ist ein sogenanntes Ostinator Etwas das immer wieder kommt Ich nehme diese Tonleiter In E-Moll Und bitte meinen Kollegen Nicola Kummer Er gehört Auch zu der Improvisationsgruppe In Basel Möchtest du oben oder unten spielen? Okay Wir machen jetzt miteinander Musik Und entscheiden uns mal Für die Harmonisierung Dieses Basses Ich schau mal Was er mir da vorschlägt Auch was für einen Takt Ich bin ein paar Mal Oder ist es mir da vorschlägt Ich bin ein paar Jungen Ich bin ein paar Jungen Ich bin ein paar Jungen Und das ist mir da vorschlägt Das ist mir da vorschlägt Amen. Und so weiter. Wir könnten uns da weiterverwenden. Herzlichen Dank. Jetzt könntest du ans Cemvalo dann gehen. Nun, dieses Ostinator, das Bach verwendet, das bewegt sich einerseits in diesem E-Moll-Bereich, geht aber auch nach H-Moll in die Dominante und nach G-Do in die Mediante und einmal nach Amol in die Subdominante. Ich habe unsere Cellistin Maja Amrain gebeten, für uns einmal die Melodie zu spielen, die sie da spielt. Sie werden immer diese Todleiter hören, aber dazu... Sie hören genau, es ist ein Reißen. Und wenn Sie den Text nachschauen, dann ist der Fall ja klar, was Bach mit dem darstellen will, nämlich das Zerreißen der Mammonsketten. Und ich würde vorschlagen, du spielst Nikola mit, aber achten Sie besonders jetzt auf die Basslinie. Wenn Sie nachlesen möchten, wäre jetzt nun auf der hinteren Seite immer jeweils die zweite Zeile zu lesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oben in der ersten Zeile habe ich jeweils die beiden Frauenstimmen und in der zweiten Zeile der Akkulade, das heisst des Systems der beiden Notenzeilen, die Bassocontinostimme geschrieben. E-Moll. Jetzt Nummer zwei in G-Moll. Jetzt die Nummer drei in H-Moll. Jetzt die vier in E-Moll. Jetzt hören Sie... Bitte Kadenz und Halt. Jetzt sind wir in G-Dur angelangt. Das heisst, die Musik hat einen Dreh gemacht. Und welcher Text hat den Bach dazu bewegt, zu drehen? Nämlich Hände streuet Gutes aus. Bach ist also in der Lage, dieses Herz zerreißen, die Intensive, mit der gleichen Figur darzustellen, in dem er nun aber die Tonart wechselt, kann er auch den Affekt garantieren. Beginnen wir doch gleich bei Takt 17, die fünfte Version in G-Dur. Jetzt nochmals... ...modulierend... ...und halten und jetzt sind wir nach Amol gekommen, auf Irrwegen. Wenn Sie den Text anschauen, mache sanft mein Sterbebette, mein Sterbebette, mein Sterbebette. Das heisst, hier geht es um den letzten Abschnitt und die Dissonanzen zeigen sich. Könntet ihr einsteigen bei 7? Wir hören das Ostinato in Amol. Das ist Takt 25. Immer tiefer. Jetzt als Solo. Jetzt kommt nochmals eine Variation. Wir gehen nach C-Dur. Jetzt G-Dur. Jetzt gehen wir nach D-Dur. Und Kalenz. Danke. Hier dieses bewegte Endur. Was haben wir für einen Text? Der im Himmel ewig ist. Auch hier durch die Modulation und die Art und Weise der Verwendung der Figur gelingt es Bach, die gleiche Figur zu benutzen und trotzdem den Affekt zu wechseln. Hören wir die zehnte Version. Das ist dann bei Takt da, also das G-Dur, wo ihr gerade gelandet seid. und jetzt zurück nach Emol. Und wenn der Erdengut zerstäubet. Wenn der Erdengut zerstäubet. Und ein letztes Mal. Sie sehen, wie Bach konsequent und sparsam mit dem Material umgeht. Und oft, wenn wir eine solche Musik hören, achten wir viel mehr auf die Singstimmen. Aber das sollen wir zum Schluss unserer Einführung trotzdem tun dürfen. Nämlich die beiden Antonia und... Seid ihr da? Ah, da seid ihr ja. Noemi und Antonia, sie gehören ja unserem Chor an. Sie mögen sich erinnern, unser Verein hieß früher Scola, Seconda Pratica, die Scola. Sozusagen, wir nehmen Leute, junge Leute und geben ihnen hier die Plattform, große Arien zu singen. Peter Harvey, himself, hat sie getutert und ihnen gesagt, zeigt, wie ihr den Gegensatz dazu darstellt, etc. und so weiter. Und Iris, bist du auch da? Komm doch, machen wir doch die Arie. Karl, möchtest du vorher noch ein Schlusswort sprechen? Ja. Damit wir dann mit Musik, Ausgangsspiel enden. Ja, vielleicht etwas zur Schlussstrophe. Nicht wahr? Man könnte ja denken, das ist jetzt schwere Kost gewesen. Ah, wir müssen uns lösen von unserer Geldsucht und das sollten wir spenden und weiß ich was. Dann heißt es am Schluss, stärk mich mit deinem Freudengeist. Jesu, meine Freude, klingt damit und dass es doch geschehen möchte, dass ich eben im Glauben treu bleiben kann, eben im wahren Glauben von der Welt zu deinen Auserwählten zählen darf. Ein irgendwie versöhnlicher Schluss, der uns aufhundert. Vielleicht aber, das müsstest du noch sagen, warum hat Bach das die einzelne Seele da mit sich selber spricht und sich auffordert, ein Duett gemacht? Habe ich mir auch überlegt. Ich habe mir auch überlegt, warum nimmt er die Oktave? Und ich glaube, das Duett ist das Nachsagen. Ich sage es dir und ich sage es dir nach. Also das Intensivieren. So kann ich mir das Duett vorstellen. Und die Oktave ist alles, was ich tue. Die Hoffnung, auch, dass ich ein ruhiges Sterben habe und dass ich im Himmel oben die Wohnung finden werde. Es soll sich erfüllen. Es soll von oben bis nach unten gehen. Die Oktave als Zeichen des Erfülltsein. Und natürlich auch, wenn man an den Don Giovanni-Anfang denkt, auch dort die Oktave. Also es ist wirklich alles drin enthalten. Zum Schluss also noch mit unserer Gruppe diese Nummer. Die Oktave die Oktave die Oktave die Oktave die Oktave die Oktave ist Mick! voila, dieö Produkt die Oktave die Oktave sind blrade die die Oktave die Oktave Das in Himmel geht, wenn Ihr Hirtenbrüht zerstört. ARD Text im Auftrag von Funk